Hallo Freunde, wir sind wieder im Zieberturm und machen richtig geilen Scheiß wieder. Wir spawnen beim Bimmel und gehen ab. Das heißt wir, ich bin eigentlich alleine. Ganz schön gescheppert gerade. Hab dich mal wiederbelebt, mein Fremd. Kommen wir mal von unten hoch. Hier, das Medikin. Oha, was? Flagge erobert, Heilung und Hass nicht gesehen. Aber ich wurde wiederbelebt. Die Jungs haben es endlich... Oh Gott, ich werde angesnipert. Ich krieg auf den Sack. Ah, Heilung haben wir mit Kote gekriegt. Over. Hier ist dein Medikin. Insetzung, Granate! Wir haben gerade das Einsatz... Rinate mit der Granate. Ah, fuck, war die Muni alle. Diese Scheiß F2000, ja. Irgendeine andere Knifte. Geht ja gar nicht. Na, super, wurde ich wiederbelebt. Einen habe ich mitgenommen. Zubita 08. Der wollte auch nicht sterben. Jetzt hat er mich gesehen. Fuck die Wand an. Ah, ich wollte ihn mir gerade holen. Scheiße. Und dann auch Teebeuteln. Das sind die Richtigen. Was zur Hölle ist der hinter mir gespawnt? Und hat mich weggeknackt. Leute, Leute, Leute. Hier ist was los, kann ich euch sagen. Ich höre halt hier nur scheppern. Das ist doch der Wahnsinn. Fritten Friedrich. Du Arsch. Wurde wiederbelebt. Wollte ich zwar nicht, aber ich wurde wiederbelebt. Campen habe ich eigentlich gar keinen Bock. Eigentlich will ich rein ins Geschehen. Ich komme hier nicht mehr weg. Nimm dir diese Munition. Yay. Eingekriegt. Scheiße, da ist wieder einer. So, Jungs. Rinnenpudding. Lasst euch nicht von den Claymos aufhalten und den Granaten. Was? Scheiß Sniper. Gibt es ja nicht. Sniper könnten wir eigentlich auch spielen mit, äh. AS Wall. Bewegungsmelder und Funkfeuer. Ist gar nicht mal so verkehrt. Ach, fuck. Wirst du gespawnt direkt beim Gegner, ja? Das kann ich ja gebrauchen. Hier ist safe. Erstmal. Schafft mir den Mann hier. Das ist ein Soldaten in eurem Bereich. Das ist ein Doppel. Das ist ein Doppel. So, weiter geht's. Wo ist er hin? Wo ist er hin, Leute? Schaffen wir es bis rüber? Granate! Und rüber. Was zur Hölle? Ah, er schon wieder. 5-5 hab ich. Meine Spawnbarke steht da noch. Was ja schon mal echt nice ist. Hier steht keiner drin. Steht hier einer drin? Nope. Man, wir spielen mit der Schrot. Wir haben Fun dabei. Vielleicht auch die MP7. Das ist gut. Alter. 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 So, aber jetzt. Geht doch. So muss das laufen. Hier ist doch ein Bewegungsmelder von den Gegnern irgendwo. Der wurde mir doch gerade voll angezeigt hier. Hab ich doch piepen gehört. Zwei Mann. Acht, sieben. Auf geht's, Jungs. Wir lassen uns das nicht nehmen. Alter, fickt mal die Henne, ey. Nochmal nachladen fix. Dann geht's hier hoch. Ich hab'n'n'n'Aik. Ich hab'n'n'Aik. Ich töte alle. Und ich töte jetzt auch deine Sp... Ja, sehr schön. Die Spawnbarke lassen wir mal da. Okay, wir wurden wiederbelebt. Hoch. Alter. Velociraptor ist echt ein krasser Typ. Bonus bei Sichtung. Hilfe durch Bewegungsmelder. Immer noch 8'8. Wird, glaub' ich, auch nicht mehr besser heute. Ah, Mann, Alter. Wie sie abgehen. Wie sie hier abgehen. Es ist der Wahnsinn immer auf dem Zieberturm. Es ist einfach nur der blanke Wahnsinn. M27IA. Hier kommt deine Munition. Hier kommt deine Munition. Achtung. Wir haben das Einsatzziel verloren. Holger. Fick die Henne. Ich krieg' auf den Sack. Nimm dir diese Munition. B muss geholt werden. Und A und C auch. Dimm mal ran, Jungs. Lass' wir nicht aufhalten. Alter, da hat er mich schon längst gesehen. Ich hab' ihn mal markiert. Plaggbot. Kriegst du Plagg? Wenn ich das hier sehe, krieg' ich auch Plagg. Ich seh' doch nix, Leute, wenn da überall Qualm ist. Wurde ich hier wiederbelebt. Wer macht denn sowas? Mein Gott, das macht's auch keinen Spaß so. So. M16A3. Mal was anderes. Ha, einen mitgenommen. Einmal gestorben. Fritten Friedrich. Der hat wohl richtig Spaß, heute. So, ich muss nachladen. Flagge erobert, obwohl ich da bloß, äh, rumlag, weil wegen Tod. Den haben wir mitgenommen. Angriffsbefehl. Killserie aufgehalten. Wurde ja auch Zeit. Er blockt hier die Tür. So ein Arschloch. Veloziraptor hat 38,20. Komm, jetzt reicht's. Wir nehmen die Dao. Machen wir auch mal ein bisschen Action. Schroti. Jetzt hab ich auch mal Veloziraptor getötet. Wisst ihr warum? Weil er verdient hat. Fritten Friedrich, der hasst es. Ich hab dein wenig gedacht. Ich bin einer von dir, du Vogel. Alle. Das war sportlich. Von hinten, von hinten. Oh, wir sind momentan positiv, wie wir das auch immer gemacht haben. Bimmel, ich will zu Bimmel. Ich bin wieder hoch da. Oder auch nicht. Plugbot ist mit der F2000 unterwegs und hat auch sehr viel Spaß, mich zu tönen. Bimmel ist unterwegs. Bimmel, Limmel, Limm. LLL, LULL, LULLÀ. Das Einlassziel wurde neutralisiert. Over. zähle war gerade einer hitman hat 15 15 wenn er macht mit glatt war mit der armbrust fix schnitzel alter wer hat mich alter das gibt es nicht wer mich gerade treffen konnte ist mir fast ein rätsel genau wie er zwölf prozent leben hat er noch ja er lebt noch bimmel dreht frei ich habe hilfe bei kill gekriegt dabei bin ich nur gespawnt jetzt kann man von unten ja ich spon da wieder ey der villo c-raptor ist jetzt auch die dow 12 war nicht mal die andere schrotze ich versuche mal nachzuladen ohne zu sterben vielleicht klappt es ja so vorwärts vor das wert abgehen und eingenommen one man show sag ich da nur den vor mir habe ich gekriegt aber dass da rechts noch einer stand in dem raum da konnte ja nun keiner ahnen ey das sieht echt aus wie eine spannende runde finde ich richtig geil wenn es mal so spannend ist und nicht irgendwie 200 zu 20.000 ist oder so ich meine kennt ihr bestimmt auch wenn ihr battlefield spielt die gerade zuschauen und die gerade zuschauen nicht nur battlefield angucken guckt euch auch den anderen schnulli an wie fallout simcity minecraft denn äh ne und postet doch mal ein paar kommentare oder macht mal ein like denn schließlich hätte ich auch gerne feedback über das was ich mache weil frittenfriedig geht mir auf den sack der hat keinen bock auf mich aber darum geht es nicht um den frittenfriedig ne ich meine einfach wenn ihr bock habt auf meine let's plays schreibt da mal einen kommentar sagt was euch gefällt was euch nicht gefällt wieso kann der mich mit seiner spaß töten und ich schieße fast ein ganzes bisschen von der muni drin die flätschert mit magazinerweiterung besser geht auch gar nicht erobert okay hier sind unsere drin hier ist ein wenig alter was pumperpickel so jetzt haben wir das mit der dat gesehen jetzt muss ich aber die pechinek rausholen ich hab bock auf die pechinek velociraptor ja 3 zu 8 mit ihm das ist ja schon fast ein internes battle ich hab 24 oh god oh god nee das geht nicht das geht gar nicht wir nehmen äh ja nee ich hab's pdw person defense rep ich bin cool ich fahr drohne ach ich wollte ihn auch wieder beleben scheiße frittenfriedrich 3-6 also frittenfriedrich und herr von und zu veliziraptor die haben voll den hass auf mich glaub ich hier ist das medikit hier ist das medikit ah wie sie alle abgehen mit den schrotflinten ich sag's ja schrotflintenpower sagen sie soll ich auch nochmal irgendeinem auch nochmal die dat 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 das ist meine lieblingsschrotflinte nicht wundern ja aber jetzt mit der aek hat er nur 90 prozent gesundheit oder was wenn ich von nächster nähe schieß normal ist das ja nicht wa ich scheiß ihn aus wiederbelebung alter bleb mich auch mal einer wieder na halt nicht pumpernickel schon wieder alter bimmel speed wir gehen bei speed gibt es nicht gibt es nicht ich schieße auf nächster Nähe mit der schrot ich mein normal ist es hier nicht meine statistik gucke ich gar nicht erst an mehr das hat keinen sinn da wird mir noch schlecht bei wir kriegen hier jetzt auch voll im arsch am anfang war es echt krass ausgeglichen und jetzt ist irgendwie jetzt gibt es nur den sack oh das war gegner hat er mich gesehen der plug bot mal wieder die gegner sind auch hundertmal besser wie wir ihr habt meine stadt gerade gesehen wer weinen möchte tut es bitte jetzt und eingenommen wenigstens das klappt immer noch so ein bisschen die flagge erobern okay der war wohl schon down aber der nicht jetzt ist er down da war ne claymore den hab ich mal wieder nicht gesehen ey das ist so kranke scheiße ich werd wiederbelebt und sterbe wie geil ich das finde was haben wir denn noch für schrotzen wir haben ja noch die saiger ja äh ihr merkt selber ich krieg heute dermaßen auf den sack das ist mich selber ein kotzt aber Spaß und die granate gleichzeitig scheiße ich ich noob hier voll ab ich weiß nicht was ich machen soll alter gelbert Alter, ich wollte ihn messern, Sporter, noch einer, wa? So ne Pisse aber auch. Alter, da will ich weglaufen und krieg trotzdem auf den Sack. Hier ist dein Medikit, Mann. Ey, das gibt es nicht. Die laufen wirklich im Team rum. Ich hier alleine kann das nicht reißen gerade. Ich meine, das bringt nichts, wenn die Gegner mit zweier Teams unterwegs sind und wir alle vereint kämpfen. Ja, 10 Punkte Unterschied, na geil. Das sollen wir reißen, oder was? Werden ganz schön gefistet von den Gegnern, muss ich ja mal sagen. Na, den hab ich wenigstens noch gekriegt. Den Punkt kriegen wir auch noch vielleicht. Ja, den kriegen wir noch. So, und jetzt, komm, wir müssen ganz schnell 17 Kills machen. Fünf Kills bei uns noch, nein. Nein. Ich will noch nicht sterben, Mama. Ah, Runde vorbei. Failrunde, aber Epic-Failrunde, würde ich sagen. Ich meine, so schlecht habe ich echt lange nicht gespielt, 26, 41. Aber ich habe noch eine Medal gekriegt. Und habe von jedem mal was gespielt. Ja, Ordensbänder, 19 Stück. Halleluja, 20.000 Punkte, kann ich mir auch nichts von kaufen.